Noch ein Video, meine Freunde. Daily Dose auf Internet. Rein geht's. Hallo, alle. Das ist eure Daily Dose auf Internet. Someone parkt ihr Auto ein bisschen zu nahe am Meer. Lol, das ist einfach das Auto von Tobi, Digga. What the fuck? So, wenn sie zurückgekommen, wurde es von den Wäldern geflogen. Scheiße, Alter. Scheiße, Mann. Scheiße. Scheiße, Bro. Oh mein Gott. Ey, da sieht man mal was. He was in the car at the time, and the car was eventually brought back to land, when the tide went down. Naturgewalten. So krank. What the fuck? Was denn mit Kylo los, Alter? Holy shit. This guy is sick, and one of his symptoms is that he can't taste anything, so he tried eating an onion, lemon juice, and garlic paste. It's like, so here's an onion. Nothing. A shot of lemon juice. Okay. Nothing. That would hurt. Ah, garlic paste. Der habe ich schon mal gesehen, oder? Schade, Digga. Covid. Covid. This is a crazy virus. This dog is blind and doesn't have any eyes. What? So the owner likes to put on some googly eyes for fun. What? Der hat keine Augen, der Hund? Oh mein Gott, der Arme. Aber sieht richtig süß jetzt aus. Oh, bro, nein. So was kann ich mir nicht anschauen, Digga. Hehe. This is what it's like for a pilot to fly in a... Bro, what the fuck? Wie nah sind die bitte aneinander? Tight formation. Imagine einer fickt da irgendwo rein, Alter. Macht scheiße. Vorbei. Bro. Bro. Holy, Digga. If you take a wet toothbrush and pedicat with it, it supposedly reminds them of getting cleaned by their mother. Okay. Ich hab keine Katze, aber danke für den Hinweis, bro. I'm gonna stack these cups in under a second on this table. Okay. Just watch. What the fuck, bro? Yeah, there we go. New record. Cupstaking. Weird champs board. This dog stole a giant brick of butter and refused to let it go. Here's an extreme close-up of someone breaking a pencil. Das ist interesting. Irgendwie sieht das... Das sieht sau lecker aus. Ich würd da gern reinbeißen. Ganz seltsam. Aber ich würd da gern einfach reinbeißen. Alles klar, bro. Die Katze hat auch von meinen Tabletten genascht. An absolut massiver Rat wurde spottet in New York City. Also manche Leute... Welcome back to New York City here. I found this cool plant called a milkweed. When you crunch it up, it releases a giant cloud of puffy seeds. Oh, das ist cool. That's the end of this video. Hopefully I was able to make your day just a little better. Das kann man doch in Kissen reinmachen. And I'll see you guys again very, very soon. And I'll see you guys very soon. Ja, Leute. Daddy Dosser Internet. So viel dazu. Hat mir sehr gut gefallen. Abonniert gerne den Reaction-Kanal, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten fickt euch ins Knie.